Nein, ich bin nicht Andrea Nahles. Ich sehe nur so aus. Deswegen werde ich oft verwechselt mit mir. Aber Jorge Mario Bergoglio ist auch nicht Jorge Mario Bergoglio. Es ist der Papst. Und ich bin die SPD. Nach Müntefering das schönste Amt neben Papst. Und als SPD sage ich euch, Willy Brandt hat gekämpft für die Aussöhnung mit dem Osten. Ich kämpfe gegen die Verhöhnung der SPD durch gewisse Posten wie diese Matthias Richtingshow. Die kriegen jetzt von mir die Fresse. Danke vielmals. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Matthias Richtingshow. Ihre Hotline für Beschwerden über die Verhöhnung der Wähler. Durch SPD, CDU, FDP, AfD, USW. Deswegen versucht man ja übrigens schon, zum Beispiel die SPD abzuschieben aus den deutschen Landtagen und dem deutschen Bundestag. Aber Teile der SPD schleichen sich immer wieder ein. Die Frage ist jetzt, ob wir ein Einreiseverbot erwirken können für die SPD und ob die SPD aber dann durch Gerichtsbeschluss eine Rückführung erzwingen kann in die deutsche Politik. Und die Frage ist auch, müssten sie dafür gefährlicher sein? Ja, wieso? Ja, bitteschön. Ungefährliche Asylanten, die hier deutsch sprechen, einen Job haben und integriert sind, die werden abgeschoben nach Afghanistan. Aber gefährliche Terroristen wie ein Sami A soll per Gerichtsbeschluss zurückbeordert werden nach Deutschland. Ja, ja, was soll... Also, wie will man uns erschrecken, damit wir fügsamer sind? Soll die SPD erschreckender sein, damit wir Angst haben, sie zu wählen? Also, das wollen wir alles besprechen heute mit unseren Gästen. Andrea Nahles natürlich, die uns mit ihrer SPD so fern geworden ist. Dann Annegret Kramp-Karrenbauer, die uns mit ihrem Pflichtjahr zu nahe kommt. Und Recep Tayyip Erdogan, der umso näher an Europa ran will, je weiter er sich von uns entfernt. Und diejenigen, die sich umso weiter voneinander entfernen, je enger sie aneinander gebunden sind, Winfried Kretschmann und Thomas Strugel. Sehr verehrte, Brüder. Ich darf Ihnen... Sehr verehrte Leidtragende, Asylgequälte und Demokratiebeladene, wie Sie sehen, haben wir gesehen, dass wir sehen, dass die Flüchtlingsfrage inzwischen nicht nur geführt hat zur Spaltung der Gesellschaft, sondern auch zur Spaltung der Volksparteien und jetzt sogar zur Spaltung der Staatsgewalten. Und... Wieso, wieso jetzt? Pssst! Ich darf doch bitte... Das muss ich Ihnen doch jetzt wirklich nicht erklären, vor allen Leuten. Wieso? Ach so dusselig können doch nicht mal Sie sein. Also bitte, Sie haben eine Arroganz am Tag. Ich weiß einfach nicht, wovon Sie sprechen. Das kann doch kein Problem sein. Das kann doch kein Problem sein. Das ist auch kein Problem. Also, das Problem sind Sie. Das habe ich gehört. Darf ich es trotzdem vielleicht erfahren? Das habe ich doch gerade lang und breit gesagt. Sie haben etwas gesagt von Staatsgewalt und Spaltung. Ja, also... Ja, also, mir fehlt da einfach der innere Zusammenhang. Du liebe Zeit. Und so was Frühstück morgens. Was hat denn bitte mein Frühstück zu tun mit der Staatsgewalt? Strobel! Ja! Es geht darum, dass die deutsche Politik sich gerade hinweggesetzt hat... Hä, was? ... über deutsche Gerichte. Hä? Und da ist doch... Wollen Sie mich eigentlich... Da ist doch dieser Samy A. Also, der soll ja Leibwächter gewesen sein von diesem Bin Laden. Ah! Du mein lieber Montjeu! Und der ist hier in Deutschland? Er war... Er ist ja von der deutschen Politik abgeschoben worden nach Tunesien. Hoffentlich. Obwohl ein Oberverwaltungsgericht diese Abschiebung untersagt hat. Ja, sind die verrückt geworden? Nein, sie spielen... Sie spielen halt Rechtsstaat, was manches Mal das Gleiche ist. Ja, und jetzt und jetzt? Nichts und jetzt! Jetzt sagt dieses Oberverwaltungsgericht, dieser Samy A soll halt zurückgeholt werden nach Deutschland. Ja, sind die verrückt geworden? Sagen, verstehen Sie denn nicht? Nein. Es gibt in Deutschland halt eine Gewaltenteilung und es gibt eine Gewaltteilung. Die deutsche Politik muss die Entscheidungen der Gerichte akzeptieren, aber die Gerichte müssen halt auch die Entscheidungen der Terroristen akzeptieren. Und deswegen soll dieser Samy A per Gericht zurückgeholt werden nach Deutschland? Ich sehe es nicht. Ja! Weil Sie sagen, dass er in Tunesien gefoltert wird. Ja, das ist doch prima! Strobel! Ja, schickt das Tunesien jetzt den Samy A zurück nach Deutschland? Im Moment nicht! Ah, weil das Tunesien sagt, dass er in Deutschland gefoltert wird. Strobel! Also, deutsche Politik wird wirklich immer widersprüchlicher. Deutsche Politik wundert sich über deutsche Gerichte, die also diesen Samy A zurückholen wollen nach Deutschland. Aber deutsche Politik in Form von Andrea Nahles will dann auch wieder finanzielle Unterstützung haben für Terror-Vordermänner wie Erdogan. Das fragen wir mal, die Testamentseröffnerin der SPD, Andrea Nahles, die wir eingeladen haben. Da ist sie schon. Schönen guten Abend, Frau Nahles. Bitte nehmen Sie Platz hier. Bitte schön. Guten Abend, bitte. Haben Sie von mir auch schon die Fresse bekommen? Ja, Ihr Galgenhumor in allen Ehren. Aber ist es nicht irgendwie merkwürdig, wenn Sie Hilfe wollen für die Türkei finanzieller Art und die SPD ins Abseits treiben mit so einem Vortrag? Ach, Abseits? Das sind ja alles Manipulationen dieser Demos-Idioten. Ach so. Ja, da heißt es dann, wenn nächste Woche Sonntag wäre, dann käme die SPD auf 25 Prozent. Auf 17 Prozent. Aber nächste Woche ist erst Montag, da stimmt die ganze Rechnung nicht. Aber jedenfalls verliert die SPD gerade mehr Wähler ans Leben als an den Tod. Nicht? Ja. Ja. Liebe Genossen, Genossen, liebe Trauernde, liebe Hinterbliebene. Gerade haben wir als SPD uns noch einmal in die Regierungsfreude begeben, haben als einzige in der Regierung Verantwortung übernommen, indem wir den anderen in der Regierung in die Fresse getreten haben. Und jetzt stehen wir hier und müssen erkennen, wenn wir einen von uns verloren haben, werden alle anderen Probleme plötzlich ganz klein. Nur eines nicht, die SPD, die nie ein Problem hatte. Das sehen wir an den letzten Wahlen, 25 Prozent, 23 Prozent, 20 Prozent, 17 Prozent. Aber es ist der Wähler, der das Problem hat mit der SPD. Das ist aber nicht das Problem der SPD. Der Wähler hat uns nicht erkannt. Er hat uns negativ besetzt mit Vorstellungen, die wir gar nicht sind. Das sehen wir aber auch an anderen Dingen des Lebens. An der Natur, an der Umwelt. Da wird mit Plastik und Diesel und Feinstaub verschmutzt, was man dringend zum Leben braucht. Da wird die Luft zum Leben genommen, indem der Regenwald abgeholzt wird. Aber die SPD ist der Regenwald des deutschen Lebens. Wir werden abgeholzt. Aber die SPD ist die Partei der Basis der Arbeit. Nur in einer Zeit des digitalen Kapitalismus ist es, da kennt man Arbeit nicht mehr. Wo Jobs genommen werden durch Algorithmen, da braucht der Arbeitnehmer eine Chance, um am Ball zu bleiben. Aber wie will man am Ball bleiben, wenn die Repräsentanten und Vertreter dieses Staates ausscheiden, schon in der Vorrunde zur WM? Und wie will man das akzeptieren, dass wir als pietätlos hingestellt werden von der SPD, wenn wir reden wollen über Brückenteilzeit, wo Genua gerade seinen Brückenteil verloren hat? Wir scheitern an politischer Korrektnis. Und deswegen müssen wir sagen, die SPD ist 155 Jahre alt, der älteste Mensch in Deutschland ist 112. Und da muss gelten, was wir schon 90-Jährigen mit auf den Weg geben, mit 155, da darf man sterben. Liebe SPD, Ruhe sanft. Keine Zukunft mehr für die SPD, oder wie sehe ich das? Doch, viele werden das im Tod verherrlicht und wenn wir von der SPD nicht mehr da sind, dann wird man es wollen. Das lässt den Umkehrschluss zu, dass es umgekehrt genauso ist. Genau, deswegen will ich Türkei Hilfe, weil wenn Erdogan durch die Krise nicht mehr da wäre, würden viele Türken ihn wollen wollen und das will ich verhindern. Aha, das ist Politik, kann ich Ihnen sagen. Was soll das? Diese blöde Welt, was überzieht uns mit Wirtschaftskrieg und macht aus Türkei eine Gummizelle? Weil Sie können nicht ertragen die freie Leben und freie Denken von türkischer Regierung. Was bin ich, Präsident Erdogan von Türkei? Und diese blöde, elende Figur, diese Strumpe, was ist überhaupt nur amerikanischer Präsident? Weil wurde gehackt, amerikanische Wahl von Russland? Aha, da ist überhaupt nur gehackselter Präsident, ist er nur virtuell? Und da überzieht mich mit Hass und mit Zinsen hoch und mit Zelle. Dabei, Amerika hat jahrzehntelang unterschied die Türkei mit Geld und mit Export und mit Waffen etc. So, da sage ich dir, kleine Trumpe, Amerika, das hat auch unterschied jahrzehntelang. Bin Laden, Gaddafi und Saddam. Aha, und dann hat fallen gelassen, gelassen, fallen gelassen diese Leute. So, da kam von diesen Leuten, da sage ich dir, da kam Hass und Neid und Krieg und 11. September. Da, wenn du nicht aufpasst, da sage ich dir, da kann von mir auch kommen, 12. September. Was macht diese Trump? Da macht Zinsen hoch in Dollar. Ah, damit Lira in Türkei gehen, hinunter und wir gehen kaputt. Ja, von wegen, da sage ich dir, von wegen, von wegen. In die ganze öffentliche Leben in Türkei. Das ist indexiert, Alltag und Benzin und alles auf Dollar. So, wir machen Menschen jetzt reich, wir machen Menschen reich. Wie geht das, wenn Amerikaner kommen jetzt in Türkei und gehen in ein Restaurant zu essen Döner? So, die Dollar ist wert, sagen wir 5 Lira. Jetzt, ich habe hinbekommen, ich habe hinbekommen, eine Döner kostet 15 Lira, das sind 3 Dollar. Ich habe hinbekommen mit raffinierter Wirtschaftspolitik und mit bläder Zinspolitik. Und diese Trumpe, das während sie essen durch Inflation, die Dollar ist nicht wert 5 Lira, sondern 7 Lira. Da du stehst auf und da hast auf einmal zu zahlen für 3 Dollar nur 2,40 Dollar. Das schafft nicht, ich habe einen Kopf erfällt und eine ehrlich, Bruder. Da musst du aber den Kopf, wenn du bist türkischer Präsident. Wenn du bist nur amerikanischer Präsident, du musst nur haben auf Kopf. Ah, 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 ah. So. Deswegen will ich Türkei-Hilfe für die Türkei. Ja, aber damit würden Sie ja Erdogan unterstützen mit deutschem Geld. Ach, das ist ja Bätschi. Was heißt Bätschi? Je mehr Erdogans Politik kulminiert, umso abschreckender wirkt er bei uns, je mehr Deutsche bei ihm unschuldig im Knast sitzen, umso mehr Proteste bei uns, umso mehr Forderungen nach Demokratie bei uns und umso mehr Ableigung gegenüber Radikalen und AfD. Das sind ja eigenartige Ansichten, also muss ich ehrlich sagen. Für die ich bekannt bin. Aber die Frage ist natürlich, wie viel Abschreckung brauchen wir eigentlich, damit wir wieder zurückkommen auf unsere demokratischen Werte. Denn trotz der Abschreckung Trump und Putin und Erdogan und AfD wächst ja Demokratie nicht unbedingt in diesem Lande. Also müssen wir sozusagen zum Zusammenhalt gezwungen werden? Das fragen wir einmal. Mich? Was? Nee, das fragen wir Annegret Kramp-Karrenbauer, die ja mit dem Pflichtjahr sich vorgedrängt hat. Frau Karrenbauer, einen schönen guten Abend, Frau Karrenbauer. Pflichtjahr, das geistert Ihnen ja im Kopf gerade herum, Frau Karrenbauer, im Kopf geistert Ihnen das rum, das Pflichtjahr. Also wir sehen ja, dass die Hitze in diesem Sommer vielen auch zu Kopf gestiegen ist und... Das heißt, Sie haben das Pflichtjahr gar nicht ernst gemeint. Also was Ihre erste Frage betrifft, und das war auch in den Kremien so besprochen worden, dass wir gesagt haben, dass wir das unbedingt bejahen, dass wir das bejahen. Und wenn wir das bejahen, dann sagen wir, das betrifft Ihre Frage auch, dass das so gesagt wird, dass das mit der Union nicht zu machen ist. Ja, aber ich wollte mit Ihnen über das Pflichtjahr sprechen. Also ich denke, das ist auch in den Kremien so gesagt worden, dass man kann für das Klima kein Pflichtjahr verordnen. Das Klima kommt und das ist dann auch so besprochen worden und einhellig auch abgesegnet worden. Und das muss auch mal aktenkundig gemacht werden und das geht. Und ich denke, dass auf freiwilliger Basis da der Einzelne natürlich nichts fürs Klima tut, weil er einfach keinen Erfolg vor Augen hat. Und zwar. Und die Klimadebatte geht, wenn ich das sagen darf, und ist jetzt am Gange. Und da sagen natürlich die Gremien auch, dass der Einzelne weniger Energie verbrauchen soll. Aber wenn jetzt eben der Einzelne nicht nach Teneriffa fährt oder eben zu Hause bleibt und nur noch 80 statt 200 fährt und den Diesel verkauft und zwei Wochen später ist das Klima immer noch nicht kälter, ja, da straft uns das Klima doch alle Lügen. Aha. Und deswegen wollen Sie uns zwingen zum Zusammenhalt mit diesem Pflichtjahr. Da wäre ich auch dafür. Ein Pflichtjahr für die SPD. Freiwillig nimmt es ja keiner mehr. Ja. Sonst? Fresse. Ja, Sie gestatten, Entschuldigung, ich bin im Gespräch, Frau Kramp-Karrenbauer. Das ist die Frage, die sich daraus ergibt, was Frau Nahles gesagt hat. Würden Sie das bejahen, eine Ausweitung des Pflichtjahrs auf die SPD? Würden Sie dem zustimmen können, für die SPD ein Pflichtjahr einzuführen? Nun, also das betrifft ja auch, und das ist auch lange in den Krimien gesprochen worden. Und das hat ja auch mit dem Vorschlag zu tun von Andrea Nahles, dass wir darüber gesprochen haben. Und das hängt ja alles irgendwie zusammen, dass auch die Parteivorsitzende dann natürlich als Bundeskanzlerin, obwohl das natürlich ganz zwei verschiedene Positionen sind, das heißt, die Parteivorsitzende kann natürlich das nicht unbedingt auch bestimmen, was die Bundeskanzlerin bestimmt und umgekehrt genauso kann das nicht aktiv sein, was die Bundeskanzlerin sagt als Parteivorsitzende. Und als Parteivorsitzende hat sie als Parteivorsitzende eben gesagt, dass sie bereit ist, darüber nachzudenken, dass sie nicht darüber nachdenkt. Und dann haben wir das auch in den Gremien so besprochen, dass wir das konspirativ und inspirativ auch so besprechen, dass das auch vorbereitet wird und eindeutig vereinbart worden ist. Und die Gespräche sind auch ganz intensiv da geführt worden. Und das hat also überhaupt nichts damit zu tun, dass das nichts damit zu tun hat. Nehmt aber das Pflichtjahr jungen Menschen gerade nicht zu viel Lebenszeit weg. Das ist meine Frage. Ich denke, dass es natürlich auch gedacht ist und auch sinnvoll ist zu sagen, das Pflichtjahr, wenn wir das uns anschauen, dass die Jugend gerade auch sehr viel natürlich mit Gewalt zu tun hat an den Schulen. Und da ist ein Pflichtjahr dafür da, dass man das besser bündelt. Und wir können dann auch sagen, dass wir daran gedacht haben, dass wir das Pflichtjahr auch lebenslang ausweiten. Und wir könnten dann sogar darüber sprechen, dass wir sogar auch sprechen können über ein festes Grundeinkommen monatlich lebenslang um 1000 Euro, aber auch nicht mehr. Dann wären wir auch für, also formalsozialistisch wählbar für alle Linken und Vorgestrigen. Ach, also eine klare Schlussfrage. Meinten Sie Ihren Vorschlag mit dem Pflichtjahr ernst oder meinten Sie ihn nicht ernst? Das ist eine klare Frage. Also die SPD kommt ja immer dann daher mit unsinnigen Vorschlägen, wie zum Beispiel jetzt gerade aktuell die Rente mit 2040 bis dahin. Und da müssen wir als Regierungspartei einfach auch auf gleichem Niveau mit ähnlichen Vorschlägen dagegen halten. Danke für das Gespräch, Frau Kramp-Harrenbauer. Ja, Frau Nahles, unsinnige Ideen auf gleichem Niveau. Ist das nicht sehr klein gedacht, wenn Frau Kramp-Karrenbauer das so... Das macht ja auch Sinn, dass die Inhalte klein sind. Ach so. Wenn Sie Pralinen verschenken wollen, dann nehmen Sie die aufgebrezelte große Schachtel, die halb so viel Inhalt hat und doppelt so teuer ist. Weil Sie sieht besser aus. Ach so, ja. Die Leute lieben es, wenn Sie mit Kleinigkeiten belogen werden. Und wir von der SPD, wir passen uns dem Politikverbraucher an. Wer das nicht kapiert, dem kann ich den Arsch treten. Ja, gut, Frau Nahles. Frau Nahles, entschuldigung, da sind Sie selber schuld. Ich weiß ja, lächerlich. Vielen Dank für Ihren Besuch und ich kann nur sagen, es wird immer verständlicher, warum Politik und Justiz immer unverständlicher werden. Nicht? Ja. Herr Kretschmann, ich bin's. Ja, ich seh's. Ich muss noch einmal zurückkommen auf mich, weil ich glaube, ich habe das jetzt richtig verstanden. Und zwar die Geschichte... Es wäre ungewöhnlich. Da ist doch dieser Sami A. Ja. Und der ist gefährder und von uns nach Tunesien abgeschoben worden. Ja. Obwohl ein Oberverwaltungsgericht diese Abschiebung untersagt hat. Ja. Weil dem Sami A. in Tunesien eventuell Folter droht. Und... Ja. 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 Und jetzt soll dieser Sami A. zurückgeholt werden per Gericht nach Deutschland. So ist es. Obwohl von ihm ein Anschlag droht. So ist es. Damit er nicht gefoltert werden kann. So ist es. Ja. Bezahlen wir Deutschen das dann unter Umständen mit etlichen Toten? Das ist halt menschliche Größe von uns. Ja. Also Entschuldigung. Ich finde das eine ziemliche Folter. Und zwar psychisch. Und zwar für alle Deutschen. Wenn ich das mal sagen darf. Sie können doch jetzt nicht alle Deutschen irgendwo hin zurückholen. Nur weil Ihnen hier psychische Folter droht. Das sind also die Terroristen klar im Vorteil. Ja. Das ist halt Rechtsstaat. Das verstehen Sie nicht. Wer versteht schon den Rechtsstaat? Da werden in Stuttgart Eudexen geschützt vor Stuttgart 21. Und hier werden Bürger nicht mal geschützt vor Terroristen. Vielen Dank. Strobel. Wir haben halt im Grundgesetz die Folter abgeschafft und dürfen halt demgemäß nicht ermöglichen, dass andere irgendwo anders gefoltert werden. Verstehen Sie das? Ja. Also damit er eventuell anderswo irgendwo nicht gefoltert werden kann, kann er eventuell hier einen Anschlag machen, wie damals im Berliner Weihnachtsmarkt in Berlin am Weihnachtsmarkt. Na gut also, das ist halt eine humanitäre Frage. Wer umkommt bei einem Anschlag, für den geht es ja oft rasend schnell. Das merkt er unter Umständen gar nicht. Während Folter ja oft unmenschlich lange dauert. Sie sind von einer Brutalität. Also wirklich, das hätte man sich gar nicht... Strobel. Ja. Sie sind doch auch Christ. Ja. Also, wie heißt es denn bei uns? Wenn dich einer auf einem Weihnachtsmarkt schlägt mit einem Anschlag, dann halt ihm auch den anderen Weihnachtsmarkt hin. Ja, heißt es, wenn das Gericht jetzt den Sami-A zurückholt, verschafft dem Gericht das Sami-A dann auch die Utensilien für einen Anschlag, damit er dann ordnungsgemäß verurteilt und abgeschoben werden kann oder wie oder was. Also, so weit geht die Liebe hoffentlich nicht. Ja, also bitte Entschuldigung, wenn das Gericht einen Terroristen so zurückholt, dann ist doch das praktisch Beihilfe zu einer Terrortat. Ja, ist denn inzwischen schon der gefährderte Rechtsstaat selber oder wie soll ich denn das verstehen? Verstehen Sie mir das? Also, immerhin muss man sagen, dass dieser FDP-Kubicki... Wer? ...gesagt hat, dass dieser Sami-A abgeschoben wurde. Also, hier nicht Geförder sein darf. Mhm. Das wäre eine Missachtung des Rechtsstaates wie im Erdogan-Land. Ah, da kann ich Ihnen aber auch sagen, wenn das so weitergeht, da werden hier viele sagen, wo bleibt bei uns eigentlich der Erdogan? Bei dem werden viele gleich abgeschoben zum Wegsperren, die nur unliebsam sind. Ach so. Ja. Ach, wenn ich an Sie denke, wären das ja traumhafte Aussichten. Strobel, äh, Kretschmann! Diese ganze westliche Welt, das ist alles verlogen und versifte. Da unglaublich diese, wie heiße Nazi, die, wie heißt das? Deutsche. Auch diese Deutsche, dieses Nales Andrea, da sagt sie, sie will geben Wirtschaftshilfe von Deutschland für Türkei, wenn wir geraten in Not. Ah, was soll das heißen? Damit Türkei bleibt stabil. Ach so. Das heißt, so wie ist. Was soll das heißen? Das ist Interessante. So, da habe ich recht, wenn ich sage, ich schicke Terroristen Dennis Sükschel in die Nacht. Und wenn ich sage Wahrheit, wenn ich sage, Deutschland ist Naziland. Da, blöde Nales, ich habe dir geschaut, diese faule Trickto. Was soll das heißen, wir geraten in Not? Wir kennen überhaupt gar nicht geraten in Not. Weil wir haben überhaupt gar nichts. Weil in Türkei, das ist nur Westunternehmen und Millionen von Westexporten und Westbanken, die geben Kredit in Dollar. So, wenn sie geben Sanktionen von Westen, sie sind selber in Arsch. Und wenn sie alles macht, Wirtschaftshilfe, sie wird nur unterstützen sich selber, diese Wichser. Ja, deswegen, wenn nicht, sage ich dir ja. Wenn nicht, da aber. Ich fahre trotzdem nach Deutschland. Und ich werde diese Präsident Steinemeyer, das werde ich empfangen mit militärischer Ehre. Und ich werde ihnen sagen, dass ich habe durchschaut. Ich habe durchschaut und ich werde nicht gestatten, was diese westlichen Verbrecher planen zu vernichten. Türkei, wenn sagen, sie wollen keine hehre Zinse, sondern niedrige. Das ist Idiotie. Wenn sie wollen keine Abkommen mit IWF für Finanzhilfe. Was soll das? Wenn sie wollen Tausch von Dollar in Lira, idiotisch, idiotisch und nur künstlich kreditfinanzierte Wirtschaft betreiben. Diese Verbrecher, die. Ach so. Ah, das ist ja alles meine Pläne. Ah, großenartig. Türkei, Fürsch. Also, wir sehen, es ist am Ende alles am Ende. Ich fahre, der deutsche Fußball, die NATO, Europa, das Parteiensystem, die Volksparteien, die SPD. Wir haben am Anfang lange von ihr gesprochen, vielleicht erinnern Sie sich doch. Also, die SPD ist am Tiefpunkt angelangt oder es geht vielleicht noch weiter runter und lässt sich trotzdem noch immer zu Landtagswahlen tragen. Also, ich weiß auch nicht, was für eine Qual. Noch eine Wale, noch eine Wale, noch eine Wale. Lasst doch die SPD einfach in Frieden aussterben. Liebe Gemeinde, liebe Genossen und liebe Genießer. Ja, denn für viele ist es ein Genießen, dass wir heute hier stehen, fassungslos, dass unsere geliebte SPD nach langem Siechtum und endlosen Schwächanfällen plötzlich und unerwartet dahingerafft wurde. Und das, obwohl wir noch eine so glanzvolle Zukunft hinter uns hatten. Bereits früh, schon bei den letzten Wahlen, hat die SPD das Nichts der Welt erblickt. Jetzt wird sie noch einmal in tausenden von Wahlurnen zu Grabe getragen. Aber, das ist keine Leichenflätterei. Denn auch wenn wir als SPD dahingeschieden daherkommen, die SPD hängt noch an Schläuchen. Die Organe tun es noch, als ob sie es tun. Sie funktionieren, motorisch, leblos, stur, aber in Funktion und Stil und Ambition genauso wie vor 155 Jahren. Die SPD ist der längste Trauerzug der Geschichte. Wir sind in der Evolution die einzige Leiche, die sich permanent selbst beerdigt. Als Dauerschauspiel. Wir sind die Untoten der Republik. Vergangen, aber immer noch präsent unter den Lebenden. Und das liegt daran, dass die Einwalsamierung von der SPD so perfekt war. Man sieht uns einfach nicht an, wie lange wir schon tot sind. Die SPD ist eine Idee. Die SPD ist immer der Geist gewesen. Deswegen sind wir unsterblich. Die SPD wird weiterleben als Gespenst in einer anderen Welt. In Sarah Wagenknechts linker Sammelbewegung Aufstehen, die nur funktioniert ohne die SPD. Denn Aufstehen ist gut, aber wenn Hüfte und Rückgrat gebrochen sind, die Gelenke steif, dann steht da nichts. Und Linke und AfD lassen uns nicht mal mehr den Rollstuhl. Liebe sozialdemokratische Partei Deutschlands, du hattest viele Feinde. Aber über unseren größten Feind hast du am Ende doch den Sieg davon getragen. Über die SPD. Aber vielleicht bereiten ja Andrea Nahles und die Führungsspitze schon die SPD vor als Grabkammer, die irgendwann mal in 3000 Jahren von einem neuen Howard Carter entdeckt und geöffnet wird. Und wie damals bei Tutankhamun 1922 er dann über die SPD auch viel Größeres sagt, als wir es heute von ihr tun. Denn wie sagte Andrea Nahles neulich wörtlich, Wenn wir im Spannungsfeld zwischen Globalisierung und internationaler Solidarität und humanitär-moralischem Rigorismus auf der einen Seite und dem Wunsch der SPD-Klientel nach Heimat, nationaler Identität und eigener materieller Interessen auf der anderen Seite keinen sinnvollen Mittelweg finden, wird die SPD ihr Wählepotenzial in Zukunft nicht vergrößern können. Sie wurde sofort gefragt, ob sie das verstanden habe, was sie da gesagt hatte und sie sagt natürlich prompt, nein, wieso? Guten Abend.